Hallo Leute, zum neuerem Teil von Minecraft »Quickisskill« und ja, das Video einfach nur so ein kleines neuen Give-ray machen. Ähm, doch, 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 irgendwie so mal Lust. Und, ja, was ihr machen müsst, um teilzunehmen, wieso jump ich ganze Zeit? Ähm, um teilzunehmen, müsst ihr nämlich nur Abonnant sein und, ich tötet ihn, oder? Nee, okay, der tötet mich. Ja, GG. Okay, also ihr müsst Abonnant sein, ihr müsst das Video liken und einen Kommentar schreiben, wieso ihr gewinnen wollt. Und das Gewinnen ist jeweils das, was ihr wollt, also 10 Minecraft-Accounts, die auf vielen Zeran wahrscheinlich gebannt sein werden. Ja, ich bin wieder tot. Ja, okay, ähm, ich bin grad nicht der Beste, also ihr müsst, also es könnte, ihr könnt gewinnen, 10 Minecraft-Accounts, 10 Minecraft-Accounts, 10 Origin-Accounts mitspielen, also Zuflge spielen, meist ist da irgendwas mit FIFA oder sowas dabei, manchmal vielleicht sogar Battlefield oder so, also halt Spiele, die von 10 bis 100 Euro, geschätzt, sag ich mal. Und, ähm, 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 mehr. Es ist immer unterschiedlich. Es könnte alles mögliche da sein. 10 Minecraft-Accounts, die 100% auf Gomme gehen werden. Dann habe ich noch 10 Spotify-Accounts. Für euch gratis. Ich habe mir überlegt. Ja, jetzt legt man eine Maus. Und das war's. Okay. Okay, man hält das Akku fast leer. Juckt mich nicht. Also, 10 Spotify-Accounts, 10 Minecraft-Accounts, 10 Minecraft-Accounts, die auf Gomme nicht gebeten sind. Und das geht bis zu Weihnachten. Also, die Auflösung ist am Weihnachten. Ich lad dann ein kleines Video hoch. Wahrscheinlich genau dasselbe wie hier gerade. Und das ist echt cool. Ich brauche eine Kiste. Ähm. Lass meine Maus ruhig lenken. Dafür wirst du sterben. Ähm. Na gut. Also, am 24.12.2017, äh, 2016 meinte ich, werde ich ein kleines Video hochladen. Wahrscheinlich auch QuickerSkill. Mit der Auflösung. Gameplay dahinter und scheiße, wieder diese scheiß Map. Also, mit der Auflösung. Ich werde dann denjenigen kontaktieren, so also im Video erwähnen. Ähm. Danach, äh, per YouTube-PN oder ähnliches einfach anschreiben. Falls er sich dann in den nächsten 24 Stunden bei mir nicht meldet, ähm. Er wird auf so einer Online-Link zu einem Video eingeben. Und... Ah, Mist. 2,5 Hertz. Und dann, also das, wie ich es auslöse, äh, auflöse, wird nicht da sein. Da wird einfach nur, ähm... Ich werde den Bild, äh, den Gewinner einfach nur, ähm... Nennen. Der muss sich dann in den Kommentaren... Schreibe ich ihn per YouTube persönliche Nachricht an. Und das... ...wahrs eigentlich. Wir spielen noch noch QuickerSkill und... ...das wars dann. Okay. Raid. Nein, Spooky Haul. Die schlechteste Map der Welt übrigens. Oh, was hat der denn für mich. irgendwelche designs oder sowas machen möchte und kein geld braucht ich mach zwar welche zum beispiel auch cape desig ich hab letztens über twitter ich habe dafür halt etwas auch bekommen kein geld sondern etwas privates sage ich mal das würde ich jetzt am besten nicht nennen und und um ach komm ich will nicht töten bitte kommen mich nicht weg danke also falls irgendwelche designs wollt Capes oder so äh Banner mach ich nicht denn also ich weiß nicht wirklich wie das geht und das mach ich alles so sag ich mal Handys ich mach mir ein kleines Template design dann ein bisschen denn es gibt ja auch auch sogar Gras ist Leute das ist also echt krass und dann Machen ich ca. vielleicht vielleicht ein kleines Video ähm ffifif. das wäre dann echt cool finde ich rappel einfach nur ähm, in den Kommentaren ansch- lol okay ok jo, wahrscheinlich ok, ich hoffe, ich hab's jetzt noch äh ok, und in den Kommentaren einfach melden ich werd euch dann auch per persönliche Nachricht und dann mal sehen und das Design dauert bei mir maximal eine Woche das, ähm finde ich normale Zeit komm, dich, komm ruhig, ich werd's weg funktioniert okay, er hatte noch ein fucking Herz ich hab grad, ich hab grad ich hab mich gerade ausgetappt das war ja sehr logisch und das war's von diesem kleinen Giveaway ja, screenshot machen macht ja auch sicher Spaß und das das würde ich jetzt mal sehen ich nenn dieses Video jetzt einfach nicht Giveaway, sondern Dorf in QSG Runde okay, ähm aber das war's bald soll auch in 2017 das erste wird um 12 Uhr kommen ich zeig euch nicht, was es ist und ich hoffe es wird ein bisschen länger dauern statt nur ein Tag vielleicht kann sich wer schon euch von denken ihr könnt auch in den Kommentaren dann ciao Leute